Herzlich Willkommen zurück zu einer Weizenewunde, Wildstar mit Marv Zockt und Dardosch. Hi. Hallo. Wir müssen hier irgendwo irgendwas... Ich glaube, wir müssen da drauf schießen, oder? Ja. Wie krieg ich denn die Kartoffelpistole? Meine ist kaputt gegangen. Aua. Ähm, hast du mit dem hier geredet? Ja, der hat mir aber nichts gegeben. Drück mal auf T. Wie oft müssen wir da drauf schießen, bitteschön? Ich weiß nicht. Achso, es sind immer wieder neue, die wir bekommen. Aha, okay. Fertig. Fertig. Okay. Uh, ich auch. Ich wollte noch was anziehen, das wollte ich euch zeigen. Endlich zieht er sich was an, ey. Endlich, ey. Pass auf, seht er mich? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich sehe dich. Ich sehe mir das mal das und das an. What the fuck? Warte mal, ich will es auch sehen. Wo bist du? Ja, hier stehe ich. Alter, was hast denn du an? Heile. Geht ab. Da läuft immer ein Schwert orange. Da hab ich schon wieder eine Quest versaut. War das keine Rückerstattung mit den Dingern? Nee. Ja, du musstest, du musstest halt ein paar Mal drauf schießen die ganze Zeit. Mit verschiedenen Waffen und dann... Irgendwas müssen wir noch machen. Jetzt bin ich, weil ich jetzt zu Craps gelaufen würde, muss ich alles von genauer machen. Alles von vorne. Alles. Das tut mir jetzt aber leid. Ich weiß. Das ist ja jetzt richtig blöd, ne? Ja, Mann ey, den ganzen Stress von vorne. Wer hätte damit rechnen können? Ach, die Dinger, die ich anhabe, sind übrigens nur Deko-Sachen. Ich hab davon ein komplettes Ausrüstungs-Set. Das ist nur Deko. Aber da ich jetzt keinen Kopf teile und noch keinen Schulterplatz habe, kann ich das aber einfach anziehen so. Die haben nämlich keine Stats, die Sachen. Okay. Die kannst du, aber du kannst aber halt allgemein, diese Deko-Sets kannst du, glaube ich, auch selber herstellen, aber du kannst denn hier alles benutzen. Wenn du meinst, die Rüstung hier sieht geil aus, kannst du dir in der Hauptstadt später über deine aktuellen Klamotten schmieden. Das heißt, deine Klamotten behalten die Stats, aber haben ein anderes Aussehen. Das ist cool. Ich hab ein Rezept gefunden. Schleck, Schnecken, Leckerdecken, oder ist das eine Quest? Eine Quest-Gegengestand vielleicht? Ne, benutzen lernen, wie man Schleck... Alter, die... Schleck, Schnecken, Leckerdecken zubereitet, ohne Schiff. Ich hab's ja mit zehn, was zu lernen, hier. Ja, ich kann's auch nicht lernen. Ähm, so. Dann machen wir zuerst, ähm, Licht in einem dunklen Land. Gemüslingswerfer, das liegt nämlich auf dem Weg. Das stimmt. Und dann, Quest wieder erwarten. Okay. Oder? Marv? Ja, ja, Marv sagt, ja. Marv ist bereit, Marv, ihr könnt loslegen. Marv sagt, ja. Marv sagt, ja. Marv sagt, ja. Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Okay. Da. Oh, ich hab das Akko. Oh, da kommt ein bisschen. Oh Gott. Okay, er macht nichts. Jetzt müssen wir wieder zurück. Nee, hier, hier hinter uns ist das. Kommt da wieder was? Natürlich. Oh Gott. Alter, schön. Man sollte halt nicht vor dem stehen dann. Ja, komm her, komm her. Wuhu. Voll ausgestickt. Ja, ja. Oh, war der. Hey, Marv, was ist das? Teleportieren? Ja. Voll unfair, ne? Ja. Special Heiler Skills hier. Geil. Fertig. Halt doch hier. Alter, zieht sich gar nicht mehr, was er labert. Alter, das Schild, was ich habe, ist aber schon besser. Meins auch. Komm, Aldi, wieder zum Handeln, Freundin. Laufen wir jetzt da, oder was machen wir jetzt erst hier? Findet den Typen. Wo wollt ihr hin? Was macht ihr? Äh, ja, findet den Typen. So, wir sind schon hier. So, wir sind hier noch ein paar Sachen aufbauen. Machen. Ah, das ist die EP, muss man auf jeden Fall nehmen. Erfahrungspunkte. Schneeher, komm. Dann baue ich noch was. Kraft ist. Nein, muss nicht. Kampfhilfe. Boah. Ah, ich habe nicht genug motiviert. Ich weiß nicht, was das ist. Ich baue es einfach. Ich bin so frei und mache hier eine Flagge hin. Und so ein Stück Mauer. Sehr gut. Was brauche ich? Doch. Ist das Stufe 2 hier? Ach, hier kannst du was nehmen. Raussuchen. Ja, wo? Bei dem Ding hier. Siedler, psychische Kampfhilfe. Tech-Kampfhilfe. Okay. Klingt jetzt schon wieder am Telefon. Bei dem. Ich muss da jetzt mal eben kurz dran gehen. Mach das. Ja, stimmt, genau. Hup, ich... Ähm... Wollen wir gleich Torek-Formel machen, ne? Diesen Fels. Ich töte den Fels. Also wer auch immer das jetzt gewesen ist, der hat kein Durchhaltevermögen. Bevor ich annehmen konnte, war er schon wieder weg. Oh, ein Schwer. Das sind Zweihänder. Mache ich Gier und dadurch macht Bedarf. Ich brauch das aber nicht unbedingt. Ist es nicht besser als seins? Nö. Und durch. Obwohl... Minus 7 Angriffskraft, aber hat 3 Finesse, Durchschlagswert, kritische Trefferhärte, Tech- und Nutzer-Kraft. Du wirst mal nur wissen, was das bringt, ne? Ich mach 4. Ich glaub auch zu deinem ersten Quest. Ich komm mit. Jetzt Bedarf machen wir. Alter, hier ist ein... Nee, ich brauche nicht. Hier ist so ein Boss, oder? Machen wir ihn tippen? Fragte er, während er auf ihn zusprang. Das war der Held hier. Alter, ich hab mal heilen. Raus da, raus da, raus da. Ich hab noch keine so riesige Range zum Heilen. So wirklich viel... Heilen tut das auch noch nicht. Ja, man sollte nicht da so... Hier, soll ich mich wiederbeleben, oder schafft ihr den? Nee, ich belebe mich wieder, ich schaffte so ein Knoten. Ja, ich hab jetzt echt sehentlich geblieben. Ja, seh ich gerade. Oha. Der hat mal 16.000 Schaden gemacht. Ich mach nix anderes, außer euch zu heilen. Ey, ihr seid schon wieder tot. Ich bin auch tot. Oh Gott. Oh, Alter. Aus diesen Dingern raus zu gehen, das ist das... Ja, ja, weiß ich ja. Das ist das... Das krasseste. Soll ich mich hier wiederbeleben? Ja, ich hab ihn. Ja, ja. Oh, mein Leben. Oh Gott, der muss er weg. Der muss er weg. Weg, weg, weg. Geh mal, Alter. Heil mich. Die ganze Zeit. Ich mach nix anderes. Ich hab doch nur einen Heils, aber raus da. Erfletzt, 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 erfletzt. Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Ich bin aber auch, erfletzt. Wir haben ihn, oder? Neu, was gab's? Nix. Das bestimmt auch ne Quest. Umsonst Gold ausgegeben. Hast du Erfahrungspunkte gehagelt? Vielleicht. Ja, doch. Alter Schwede war das krass. Sieht so aus. 98 Meter. Wer ist hier? Da ist er. Irgendwie kann man doch neue Fähigkeiten kaufen, ne? Ja. Ja. Unter B oder wo? Ja. Das kann ich alles noch gar nicht. Forderstufe 9. Hier war was. Habt ihr das? Ne, noch nicht. Ich hab nämlich grad angegriffen. Du läufst einfach weiter. Du rusht immer vor. Jetzt immer was gesagt, oder? Oh, hier ist ne Superspinnen. Okay, das hab ich denn. Es regnet hier Zeug. Alter, wie sehen wir denn aus? Die sind vergiftet. Was sollen wir denn jetzt hier machen? Ich glaub, wir sollen die Wellen hier platt machen. Ja. Ja, komm. Ah, easy, easy. Das war schon. Ja. Oh, okay, jetzt müssen wir hier zurück. Ja, müssen für alle Quests zurück. Ach, du hast so ne Kiste überm Kopf. Hast du die immer noch? Ja. Du bist Siedler, ne? Ja. Du wohnst mal da hinten. Ja, stimmt. Irgendwo in der Stadt kann man die, glaub ich, abgeben. Ja, genau. Aber echt, ist ne Kugel. Ich muss immer alles angehauen. Ja? Erfahrungspunkte. Ich schieß's dann weg. Ich leg mich mal mit denen an und du musst es klären, ne? Ja, genau. Echt. Immer dasselbe schleifen. Muss man hier hin? Zu denen hier? Ne, ne? Ne, du musst rein in die Stadt. 200 Meter. Ach, wir sind ja gestorben. Wir haben ja gar nicht die ganzen Sachen. Welche Sachen? Die Buffs. Sind weg. Hast du? Nutzliche Erfahrungspunkte und so ein Kram. Guten Tag. Oh, ich weiß nicht, ob es so klug ist. Was ist er hier denn? Ja. Ist aber nix. Doch, hier musst du irgendwas machen. Gehre zu Wächter Willows. Ist er das? Ne, Willows ist draußen. So. Wo sind wir raus? Das stimmt. Was soll man hier auch machen? Ne, stimmt. Aber mit Thorik musst du mit Thorik. Ach, jetzt. Jetzt kann ich. Das Unglück gestellt selbst die Hochgeborenen auf die Probe. Nicht die Stiefel? Na, wie der Stiefel, ey. Oh, die Hände. Ne, hab ich weniger. Das ist ja alles weniger. Ja, ich nehm die Hände hier. Man sollte sich wirklich mal da irgendwie informieren können, was ich jetzt eigentlich brauche. Ja, drück doch einfach mal I, äh nicht I, äh P und da siehst du ja was, was bringt, wenn du Mausauber drüber hältst. Oh ja, warte. Äh. Glaub ich. Ja doch, genau. Ablenkungswert, Durchschnittwert. Britischer Zweifelwert und Britische Zweifelhärte. Ähm. Brutalität und Fitness wird mir gerade nicht angezeigt und ich weiß nicht warum. Also brauche ich Wahrnehmung und Tech? Ist Tech für mich wichtig? Was ist denn Wahrnehmung bei dir? Was steht da? Wahrnehmung steht, äh, für jeden Punkt erhältst du kritische Paradewert und Ablenkwert. Die Frage ist, ist Ablenkwert ein Akku? Ja, ja, genau. Ablenkwert ist sowas wie, ähm, wie Blocken, halt dieses Abwehren. Hm, okay. Und kritischer Paradewert ist, wenn du den zum Beispiel komplett voll hast, ne? Hm. Dann bist du Crit-Immun. Das heißt, niemand kann dich mehr kritisch treffen. Okay. Als Tank braucht man das auf jeden Fall. Ja. Und Zähigkeit brauche ich. Was, äh, deine Lebenspunkte, ne? Ja, ja, Zähigkeit. Okay, äh. Ich weiß gar nicht, was du noch so für Verteidigungswerte hast. Keine Ahnung, was da bitte steht. Äh, ich hab Brutalität. Was mitbringt das? Ne, das ist Angriffskraft. Äh, Finesse ist, äh, kritischer Trefferwert und Durchschlagwert. Ähm, Mumm hab ich. Das ist kritischer Trefferwert und Trefferhärtewert. Und Tech, das ist Unterstützungskraft. Das ist das wahrscheinlich, ne? Unterstützungskraft? Weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, was deine Unterstützung macht. Also ich nehm auf jeden Fall immer Unterstützung, also, äh, Wahrnehmung, wenn ich kann. Weil Unterstützungskraft klingt ganz gut für einen Heiler. Nehm, äh, Brutalität und, ja, alles eigentlich. Okay, ich muss 500 Meter in die Richtung, das ist die letzte Quest, ich hab dir. Ja, 450 Meter in. Ja, genau. Habt ihr sonst noch eine? Nee, ne? Diese Richtung, wollt ihr da schwimmen oder wollt ihr irgendwann Land? Ich schwimme. Ich bringe die Vorräte des Dominions irgendwo hin. Genau. Ja. Und spring ins Wasser. Marvin, wenn du die Kiste loswerden willst, da bist du, glaub ich, grad noch vorbeigelaufen. Ja, ne, hab ich schon. Okay. Bin's schon losgeworden. Hätt ich doch mein Auto genommen. Das sind die Fischer hier auf der Insel. Lustig aus. Die wieder so hässlich. Alter, voll der Wirbel hier. Geht'n bei denen? Da würd' ich aber nicht so nah dran stehen, ey. Nee, ich auch nicht. So instant tot. Ich empfange den Segen des Regens und der Flut. Okay. Okay, erwirbt das Vertrauen des Ältesten, Ältesten, Ältesten. Ah, okay. Habt ihr was abgegeben? Ach nee, hier ist noch eine Quest zum Annehmen. Genau. Muss auch annehmen. Ach, guck mal, jetzt kann ich auch wieder... Ist noch eine Quest zum Annehmen. Immer alles schön einsammeln hier. Grüße der Gezeiten und der Nebel. Alles ist... Uh! Tot? Ja. Meine, meine kann auch nur groß. Sollen wir jetzt hier machen? Wo ist da doch eigentlich schon wieder hin? Welche habt ihr denn zuerst angenommen? Die obere, oder was? Das ist schon wieder weg. Das ist wieder auf einer ganz anderen Seite. Das ist wieder ganz woanders, ey. Ja, ich... Das sind drei Quests halt. Warte, ich komm zu euch. Habt ihr den hier angenommen wahrscheinlich, ne? Oh, ich hab eine Sudaten-Mission, hab ich hier. Da können wir alle Geert-O-Flüfen und verkaufen. Ja. So, aber ich glaub, unsere Folge für heute ist auch schon wieder vorbei. Weil... Geil, 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 endlich. Geil, geil, geil. Wir geschafft hier wieder neue Folge. Super, ey. Ich guck erstmal, was hier passiert. Oh ja. Hallo? Huiiii. Ich komm doch mal, wenn ich will. Ja, wirklich. Gut, dann finde ich was zu schauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss. Genau, ciao.